Hallo zusammen an meiner Seite, bei mir auch der Bühne ist Pascal, er ist bei der digitalen Gesellschaft aktiv, er kann über die Swiss Privacy Foundation dazu und Pascal studiert an der HSR und beschäftigt sich dort mit verschiedenen Aspekten der angewandten IT-Security und Privacy, insbesondere in den Bereichen Anonymisierung, Transportverschlüsselung und kryptographische Systeme. Heute stellt er uns die Transportverschlüsselung für DNS vor, er macht eine kleine Einführung, wie das Domain-in-System funktioniert und zeigt uns dann diese zwei neuen Technologien oder Standards, die es gibt, wie die funktionieren, DNS-over-TLS und DNS-over-HDPS. Ja, die wir wissen. Kann man mich gut verstehen, denke ich. Vielleicht einleiten wir uns kurz, wer hat schon von DNS-over-TLS oder und DNS-over-HDPS gehört? Wer hat DNS-over-TLS schon genutzt? Weniger. Wer hat DNS-over-HDPS schon verwendet? Ein bisschen mehr, so ist das die Frage. Gut. Vielleicht ganz kurz zu zweiter Person. Ich studiere Informatik, ich unterrichte an einer höheren Fachschule in Zürich auch, Informationssicherheit. Ich interessiere mich für flüssige Kommunikationssysteme und kümmere mich bei der digitalen Gesellschaft hauptsächlich um die technischen Fragestellungen. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das am besten über Mail tun oder alternativ. Gut. Ganz rudimentär gehen wir dann vor kurzem schnell durch. Wie ob die DNS wollen wir? Wir wollen eigentlich Namen auflösen in eigenen Adressen, sonst tut da gar nichts. Das Ganze geschieht üblicherweise im Beispiel als Browser-Solden-Undermausnutzer, sprich ein Bybox. In dem Fall möchte er eine Verbindung zum Web-Server, den digitalen Gesellschaft aufbauen, braucht dazu die Heidenadresse, geht über das Betriebssystem, die prüftigen Amtsauflösung, welches wiederum ein DNS-Resolver verwendet, welcher konfiguriert wurde. Und da gibt es die Adresse, alles zurück bis zum Browser, wo dann die Software-Verbindung aufgebaut wird, soweit zu der grundlegenden Kommunikation einer Applikation. Ein DNS-Resolver hat eigentlich, oder Resolver-System hat eigentlich noch ein bisschen folgenden Aufbau. Diese Slides habe ich drin, eigentlich hauptsächlich um kurz zu demonstrieren, wir werden uns eigentlich in diesem Vortrag für diese Kommunikation interessieren. Also zwischen dem lokalen System und dem eigentlichen Resolver, den wir verwenden möchten. Üblicherweise gibt es so drei typische Setups, welche wir vorfinden für diese Thematik oder in diesem Bezug. Das ist ein bisschen das Zuhause-Setup, wo ich ein Access Point habe und eigentlich dann direkt den Resolver, den DNS-Resolver, dann am Server als ASPs verwende. Also ich leite das da einfach durch, wenn ich dann die Auflösung mache. Im Firmenumfeld habe ich dann öfter so ein bisschen das Setup, dass ich den Namensauflösenden Server bereits im Netzwerk genannt habe. Und von daher, die die Namensauflösung macht, sind einige Vorteile, zum Beispiel für die interne Namensauflösung. Und wenn ich das dann als externen Resolver, also beispielsweise jene von Google oder Cloudflare-Format verwende, dann habe ich den Resolver dann eigentlich wieder im Internet draussen und verbinde mich vom Client direkt auf diesen Server, welcher für mich dann eine effektive Auflösung der Namen macht. Das Ganze hat so ein bisschen zwei typische Angriffs-Spektoren, die wir haben. Wir haben zum einen die Kommunikation, die einfach mitgehört werden kann von einem passiven Angreifer. Jetzt in diesem Fall halt die Kommunikation von Client zum Access-Point allenfalls, oder und die Kommunikation von meinem Internet-Anschluss bis zum ISP, zum Resolver, wo ich halt cleartext meine Namen nicht genau aufgelöst haben möchte, schicke und die IPs zurückbekomme. Und für einen aktiven Angreifer haben wir natürlich dieselben Problematiken, aber hier haben wir halt den Umstand, dass effektiv die IPs-Test oder Namen umgeschrieben werden, um beispielsweise auf irgendeine Scan-Seite weiterzuleiten. Das ist so ein bisschen die Situation, die wir haben. Dazu ein Wort zum DNSSEC, das spielt insofern auch mit einer Rolle, weil wir grundsätzlich die Kommunikation verschlüssig und sicherer machen möchten. DNSSEC ist wunderbar und nur kompatibel mit DOT und DOH, betrifft aber eigentlich nur, einfach gesagt, die Kommunikation von Resolver zu den einzelnen Namensservern und nicht nur die Kommunikation vom kleinen bis zum einzelnen effektiven Resolver. Das so dazu machen. Jetzt, ja, kurz ein Überblick, was haben wir mit DNS? Also wir haben es seit den 80ern, hat sich bewährt, ist schon, ja, gut gealtert. Wir haben das Problem der Vertraulichkeit, also cleartext, sprich kann mitgehört werden, wenn jemand dazwischen sitzt. Wir haben Einschränkungen in der Integrite Act, dieses Schutzziel, haben wir halt mit DNSSEC nur teilweise gegeben. Nicht alle Domänen verwenden auch DNSSEC. Das ist ein bisschen die Situation dazu. Und was wir dazu sagen können, ist, die DNS-Konfiguration ist eigentlich eine Systemkonfiguration, sprich mein Notebook, mein Betriebssystem hat entsprechend Adressen x-manuell konfiguriert oder hast du per DLTB bekommen. Ich als User habe da eigentlich relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Dieser Art von Setup erlaubt uns ein Split-DNS-Setup, das wir im Umfeld haben und die Auflösung von internen und lokalen Namen, was wir auch eher bei Powerys zu Hause in der Firma haben möchten. Gut, jetzt so die Grundidee, also was wir eigentlich wollen, ist die Kommunikation zwischen dem Client und dem User zu sichern. Das ist der Grund, wo mitgehört und mitgeschrieben werden kann oder verändert werden kann. Der Sower, der Sower und den Sower kartet, haben eigentlich dann das gleiche Ziel, das Sie hinten erreichen möchten. Sie machen das ein bisschen unterschiedlich, aber schlussendlich gibt es genau diese Kommunikation mit dem Schlüssel werden soll. Das gibt uns natürlich dann die Vertraulichkeit, dass der Verkehr geschlüsselt ist und auch den Gewinn der Integrität, dass wir nicht, oder kann nicht mehr verändert werden von einem anderen Geifer, der da im Verkehr über sich geübt hat. Gut, DLS über TLS, das erste Thema, das wir dazu anschauen. Die ist drei Jahre alt mittlerweile fast, gibt es schon länger. Die ist, vereinfacht gesagt, eigentlich nichts anderes als die Kommunikation über UDP haben. Wir haben jetzt noch über TCP Leute, über einen TLS-Kanal, aber die Messages, die wir verschicken, sind eigentlich genau die gleichen wie vorher bei DNS und UDP. Wie standardisiert wurde dazu der Port auch 1953 als zusätzlicher Port, den gab es bis jetzt so nicht, oder wurde bis jetzt so nicht genutzt. Und DNS über TLS hat die zwei Betriebsmodus. Also ich als Client, welcher ich DNS über TLS verwenden möchte, muss oder kann mich entscheiden, möchte ich das Ganze auch kommunistisch betreiben oder einen strikten Modus, was eigentlich so beliebt bedeutet wie, sollte ich keine Kommunikation aufbauen können zu meinem DNS-Result oder über den verschlüsselten Kanal. Dann falle ich zurück auf einen Fall weg, was wieder um meinen Geist hat, und mache ich einfach DNS-Unverschlüssel, wie bisher über UDP 53. Oder aber, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich ein Hard-Fail haben möchte, sprich, dass ich wissen möchte oder immer zu ganz häufig einen Verschlüsseln möchte für meine Auflösung von Namen, dann habe ich eigentlich die Situation, dass, sobald ich die Verbindung nicht aufbauen kann, dann zu meinem Result oder auf Porto 850 TCP, dass gar kein DNS funktioniert. DNS heisst eigentlich kein Internet, kein Webpack, in dem Fall. Das sind so die zwei Betriebsmodi, die man da hat. Und wenn ich DOT konfiguriere, muss ich mich in der Regel für eines von beiden entscheiden. Das kann man willentlich machen oder halt einfach ignorieren, indem man die Auto-Konfiguration verwendet und die ist dann eigentlich immer kommunistisch, meistens. Ja, DOT auf einen Blick. Wir machen das ganz normale DNS-Hypertsipitieres. Wir haben Möglichkeiten zum Pipelining, was ein bisschen Informations betrifft. Die Verfügbarkeit ist so ein bisschen ein Thema, sprich, wenn ich eben einen Angreifer bin, der zwischen Client, zwischen Alice und Bob als Result oder Server besitzt, dann kann ich eigentlich einfach den Port auch zum Teil blockieren und hoffen, dass der Teil optimistisch konfiguriert wurde. Was dann passiert ist, dass dann auch die Clear-Text-Oriente zurückfällt. Ich als Nutzer dieser DOT-Konfiguration auf meine Feine bekomme dann eigentlich gar nichts, mit denen es funktioniert. Und ich sehe dann eigentlich nirgends irgendwie, dass es jetzt nicht mehr verschlüsselt ist, sondern nur noch Clear-Text, sondern es läuft einfach. Und als Angreifer bin ich dann halt wieder in der Position, um da mitzulesen und zu verändern. Wenn ich das strikt mache, dann habe ich kein Internet. Das merke ich dann relativ bald. Auch hier haben wir so eine typische System-Konfiguration. Sprich, ich konfiguriere einen Daemon oder ich konfiguriere einen Betriebssystem entsprechend oder es wird für mich konfiguriert, dass ich das nutze. Das Ganze mache ich dann eigentlich im Normalfall über den Host-Namen oder über die IP-Adresse. Wieso Host-Namen zusätzlich? Das ist eins der Umstand mit der TLS-Schlüssel. Wir haben ein Zertifikat, das uns angezeigt werden möchte. Und wir möchten ja auch gerne validieren, dass das Zertifikat das korrekte ist. Sprich, das heisst aber auch, wenn wir den Host-Namen konfiguriert haben, dann müssen wir diesen erst in ein IP-Adresse auflösen. Und das machen wir dann auch wieder im Clear-Text. Das ist so ein bisschen, was DOT macht und bietet. Ist eigentlich relativ übersichtlich, denke ich. Und hat durchaus seine Anwendungszwecke. Bei DOH ist sehr neu, oder der Standort ist erst kürzlich verabschiedet worden, machen wir etwas genauer gleiche, einfach über einen Alt-S-Kanal. Sprich, wir packen die Idee des Messages, also die Queries und Answers, in eine normale Alt-S-Beanfrage und schicken die sozusagen einen Web-Server, der uns dann die Antwort auflöst und die IP-Adresse auflöst. Das ist insofern interessant, weil es uns eigentlich neue Anwendungsmöglichkeiten bietet. Also wir haben dadurch eigentlich die Möglichkeit, dass Web-Applikation, z.B. der JavaScript, Namensauflösung erledigen können, indem sie halt einfach einen Web-Request an einem Server machen. Wir sind also aus der Web-Applikation nicht mehr zwangsläufig angewiesen, dass wir über das Betriebssystem die Namensauflösung machen können oder müssen. Web-Server oder Resolver haben die Möglichkeit, eine Push-Nachricht, sprich selbstindizierte Nachrichten in den Client schon vorweg zu schicken. Das kann insofern dann interessant sein, wenn ich eine Web-Applikation habe oder eine News-Seite, die auf verschiedene andere externen Seiten verlinkt, dass ich halt schon die Auflösung mit dem Client zukünftig sowieso oder eventuell machen, wird einfach schon mitschicken kann, dass das Ganze halt beschleunigt wird. Und bei Programmiersprachen und Frameworks gibt es halt auch die Möglichkeit, dass es relativ simpel ist oder häufig ganz treffend ist, dass wir irgendwie Haltete beantragen, machen können oder eine Halteteverbindung aufbauen können. Auch da sind wir dann nicht mehr angewiesen, auf die Namensauflösung des Betriebssystems, darüber übrigens Betriebssystem gehen zu müssen, sondern können es selbstverständlich verleten. Ich denke, das ist ein interessantes Aspekt, dass wir dann eine neue Möglichkeit haben, Namen aufzulösen mit DOA, was das Ganze wirklich ein bisschen verändern geht als zu DOD. Noch mal kurz auf einen Blick, was wir haben. Wir haben auch DNS-Messages und Answers, die wir beschicken über TCB-TRS-HTTP, also sprich HDPS. Wir haben Multiplexing, auch hier die Beschleunigung, das ist mehrere Anfragen über einen Kanal, Kassi-Krom-Gandburg, haben können. Zum Schutzziel der Verfügbarkeit haben wir jetzt eigentlich den Umstand, das sehr schwierig zu blockieren ist als Betreiber 1.6.9 oder als sonstige Instanz, die in die Internet anbieten. Weil der Verkehr normal HTTPS gleich wie dort eigentlich ist, also ich kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt eine Langsauflösung mache oder einfach eine Webseite besuche. Also da haben wir einen sehr interessanten Aspekt dazu gewinnen. Und die ganze Konfiguration ist jetzt eigentlich weg oder kommt weg vom System, hin zur Applikation, hin zum User. Das ich als User habe, da finde ich einfach die Möglichkeit zu verstehen, möchte ich einen eigenen HDPS-Resolver verwenden, also einen DOH-Resolver verwenden und nicht den nutzen, den beispielsweise meine Firma mir vorgegeben hat. Das Ganze geschieht dann über eine URL, die Konfiguration. Auch hier haben wir wieder den Umstand, dass wir zuerst aus der Google die eigentliche IP-Adresse bekommen müssen, bevor wir die Bindung oben aufbauen. Also sprich, es wird auch, je nachdem, wie es konfiguriert, erst mit einer normalen Langsauflösung in Clear Text gemacht. Sobald ich die IP-Adresse habe, wird nur noch über TRS, äh, also WDFS konfiguriert. Gut, ähm, ja, es gibt, wie wahrscheinlich auch die meisten schon wissen, einige Kooperationen, respektive grosse kommerzielle Anbieter, die bereits DSOVOLTERES anbieten und auch DSOVOLATETPS. Die Schnittmenge ist da eigentlich gegeben mittlerweile, weil es wird momentan betrieben und wird angeboten. Und ja, das hat so seine Möglichkeit. Wir möchten eigentlich als digitale Gesellschaft hier ansetzen und eine alternative zu kommerziellen Anbietern bieten. Deshalb haben wir uns nun eigentlich ein bisschen zusammengesetzt und ausgedacht, wie ein solches Setup aussehen könnte und haben das entsprechend aufgebaut. und entsprechend haben wir jetzt seit Anfang des Jahres DALES-over-TALES-RESOLVER-Infrastruktur und DALES-over-HTPS-RESOLVER-Infrastruktur unter diesen Adressen. Also die sind öffentlich, sind nutzbar und können verwendet werden, wer das so möchte. Warum tun wir das? Ja, wir betreiben ja verschiedene Services für die Öffentlichkeit, die die Anonymität und die Privatsphäre jetzt erhöhen. Die NSI-Volverordnung auch dazu. Und wir möchten vor allem halt einfach eine Alternative zu grösseren, kommerziellen Anbietern bieten schaffen. Die Eigenschaften, also wie haben wir unser Setup konfiguriert, ist relativ naheliegend. Wir möchten eigentlich nicht gross da irgendwie, wir machen kein Login, wir machen keine Traffic-Analyse, sondern Dinge laufen einfach und die benutzt werden. Es geschieht kein Blocking, also Namen werden aufgelöst, wir haben keine Sperrlisten oder Ähnliches. Wir versuchen auch von der kryptographischen Konfiguration möglichst struktuell zu sein, das heisst, wir haben momentan nun nicht TS1-2 zur Verfügung oder zukünftig auch TS1-3 natürlich den Anbieter. Wir machen ganz eine Qualisierung. Die NSI-Minimization ist auch konfiguriert und die Standorte sind in der Schweiz. Hat mehr damit zu tun. Wer wieder reist oder im nächsten Mal in Australien ist und in Nordseeland, muss halt wissen, dass seine Anfragen in die Schweiz gehen und da kehren und halt nicht irgendwie über Anycast weltweit auf unsere Server vor Ort schickt werden. Ja, die Konfiguration, für die wir es noch nicht gesehen haben, ist eigentlich in zweierlei Setups relativ einfaches, eines in Firefox. Da gibt es über die Network Settings eigentlich die neue Konfigurationsmöglichkeit, einen DOH-URL zu konfigurieren. Es ist default-mässig ausgeschaltet und kann über eine Custom-URL umgeboten werden. Wer es default lässt, der geht einfach über Cloudflare. Die andere Möglichkeit und einzig einfache Möglichkeit ist von Google Android Version, also Version 9, wo auch da eine Konfiguration von DOT möglich ist. Auch hier kann man unsere Service nutzen, indem man das entsprechend konfiguriert. vielleicht da eine wichtige Anmerkung. Google hat in der aktuellen Konfiguration den Strict Mode. Also sprich, wer diesen Server verwendet und an einem Ort ist, an dem TCP-Port 851 blockiert ist, wie so auch immer, der hat kein Internet. Also man merkt es relativ schnell. Hingegen, wenn man den automatischen Modus verwendet, der natürlich auf Google zeigt, da haben wir dann ein opportunistisches D, also da gibt es noch einen Fallback. Das ist eigentlich noch interessant an diesem Punkt. Ja gut, jetzt ist also die Frage, soll ich jetzt ein Resolver-System nutzen, einer Instanz, der ich vertraue, oder soll ich vielleicht das ganz doch selber selbst aufbauen? Insbesondere auch, wenn ich vielleicht ein grösstes Netzwerk betreue, kann es durchaus interessant sein, die Infrastruktur auch einfach selber zur Verfügung zu stellen. Wir möchten das, was eigentlich unsere Erfahrungen teilen, die wir gemacht haben bei unserem Setup, und kommunizieren das eigentlich da relativ offen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben uns selbst für angebaut, also eigentlich im Amts-Server-Resolver entschieden. Wir haben einen Setup mit einem Nginx-Reverse-Proxy, das sehen wir dann gleich, wie das aufgebaut ist, welcher die ganze Kommunikation entgegennimmt und hinten verteilt. Auch das ganze Telesoft-Flover-Ding, also die Handshake und die ganze Krypto-Fit befindet sich eigentlich an diesem Nginx-Knotenpunkt. Und hintenrum verwenden wir dann noch einen D-O-H-Proxy, der die ganze Kommunikation für D-O-H macht. Jetzt unser System basierter Verbundung, wir haben Krypto-Langering natürlich, wir haben als erste Instanz dann eigentlich unseren Anbound, der die ganze Namensauflösung vom Markt, also sprich die Nami-Eigenpressung und vice versa, umschreit. Wir haben den D-O-H-Proxy, welcher normal, hintenrum oder intern, über die UTI-53-Milliad kompliziert. Und wir haben Nginx als Einstiegspunkt gegenüber den Aussen. Also Anfragen werden entweder via D-O-T, also 853, an den Nginx-Kleitet, wir haben wiederum direkt Anbound als Einstiegspunkt für die Namensauflösung und die Kommunikation mit den SoStat, und der Nginx-Punkt über HVTPS-Support, VV3-TCP, geht über Nginx und den D-O-H-Proxy. Die ganze Logik für D-O-H ist eigentlich in dieser blauen Komponente ausgelagert und ist auch austauschbar. Wir haben uns gewissen Setup entschieden, weil der ganze Standard, oder beide Standards sind relativ neu. Das wird jetzt ein bisschen zeigen, welche Software sich da wirklich dann bewertet und durchsetzt, auch längerfristig. Insbesondere D-O-H ist vieles noch ein bisschen experimentell, würde ich jetzt da als wichtiges Wort denken. Gut, wir haben zwei Systeme, die irgendein sind und die Last verteilen sollen, so weit möglich. Das ist DNS 1.Digitalgesellschaft.ch und DNS 2. Die sind beide auf DNS.Digitalgesellschaft.ch Erreichbar. Natürlich auch der Legacy IP, natürlich IPv6. Die Zusammenarbeit haben wir mit dem Verein Community Rack. An dieser Stelle möchte ich mich auch da bedanken. Unsere Server werden von diesen netten Menschen gehostet. Gut, ja, eigentlich so abschließend möchte ich noch ein, zwei Fragen ein bisschen offen in den Raum stellen. Ich denke, das sind Fragen, die wir auch noch diskutieren müssen, also alles als Gesellschaft, alles im Allgemeinen, weil der ganze Umbau, der dann stattfindet und die Möglichkeit, die wir uns da bieten, haben auch die eine oder andere Tücke. Also was wir im Prinzip haben, ist, wir haben verschiedene Anbieter, ganz viele in dem Fall, also Cloudflare, die digitale Gesellschaft, wir jetzt. Wir können aber immer nur einen gleichzeitig konfigurieren, also wir müssen eigentlich da ziemlich genau wissen, welchen Anbieter wir da möchten. Eine der kritischen oder der Hauptfragstellungen ist, es führt zu einer Zentralisierung von DNS, es spricht, wenn wir alle Resolver im Internet anbieten und alle die verwenden, werden dann halt alle Anfragen nur noch von einigen wenigen Anbietern gemacht. Ist das ein Problem? Was sind die Freiheiten, die ein User gewinnt, indem er insbesondere DOA als Tool bekommt, also konfigurieren möchte? Was sind die Probleme für die Admins, die vielleicht gar nicht wollen, dass User in der Lage sind, eigene Namensauflösungen zu machen? Insbesondere ist da vielleicht ein Problem, dass ich als Admin internen Namen auflösen möchte, weil mir die Systeme auch im internen Netz erreichbar sind. Auf der anderen Seite möchte ich auch als Admin vielleicht nicht unbedingt, dass meine User internen Namen gegen außen kommunizieren. Das ist sicher eine Thematik, die uns noch beschäftigen wird. Und dann das Weitere, wie konfiguriere ich die Systeme an die Mitmenschen? Also ich nehme ein bisschen deren Entscheidungsmöglichkeit, wenn ich einfach hingehe und sage, ja gut, ich muss jetzt nur hier klicken und da ein DNS eingeben und dann bist du sicher. Ist das wirklich sicher? Dann muss ich genau wissen, welchen Anbieter sich da einen Fehler konfiguriere. Weil DNS ist Mittelwert, das ist eben das Leuchte im Hintergrund, ist nicht wirklich sexy sozusagen und wenn plötzlich kein Internet mehr da ist, dann muss man erst mal drauf kommen, dass es vielleicht ein DNS liegen könnte, den man vor einem halben Jahr konfiguriert hat. Ja, und schlussendlich weiß er nicht, was er oder sie konfiguriert. Also ist es wirklich klar, wenn man eine DNS-Konfiguration anpasst, dass die Namensauflösung von dieser Instanz gemacht wird? Was bedeutet das? Ist das ein Preis gelöst oder eben nicht? Gewinne ich etwas? Das sind so Fragen, wo ich denke, sind die beiden Technologien, oder DOT und DOH offen und noch nicht abschließend geklärt, oder muss vielleicht noch jede Person für sich selbst irgendwie mal im Kopf mindestens durchgehen. Abschließend möchte ich eigentlich mit einem Ausblick, also wir haben jetzt DNS, es geht in Richtung Kryptographie, was grundsätzlich unterstützenswert und begrüßenswert ist, wir wollen bei mir die Kommunikation absichern. Die Grundlage bleibt aber eigentlich gleich, also wir machen immer noch normales DNS, wir haben nicht ein komplett neues System, wir haben nicht mehr einen komplett neuen Ansatz, wir machen normale Auflösung mit Queries und Answers, verpacken die halt einfach anders als vorher. Ich betrachte es jetzt eher als eine Art Evolution oder evolutionären Ansatz, nicht die Revolution. Wir haben die Grundlage in einem gleichen ist kompatibel. Und ja, wir werden sehen, also wie sich das Ganze entwickelt ist, momentan denke ich noch relativ offen, was sich von beiden durchsetzen wird, was sich in welchen Bereichen unterdurchsetzen möchte. Und auch unsere Services sind primär einfach da, für die, die sie verwenden möchten. Wir möchten eine Autopie verbinden und einfach bereit sein, wie das in einem halben Jahr, Jahr aussieht. Das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich für das Interesse. Vielen Dank, Pascal. Ja, wir haben noch vier Minuten Zeit für Fragen. Gerne. Schnelle Frage. Bei DOH, wie profitieren nicht-webservice-basierte Funktionen in einem Netzwerk von dem DOH, von der Verschlüsselung? Mein Verständnis ist ja eigentlich gar nicht. Also wer profitiert? Nicht-webservice-basierte Funktionalitäten. E-Mail-H, etc. oder PP, die auch auf DNS aufsetzen. Ja. Ja, also primär ist es eigentlich so, schlussendlich, muss ich als, muss ich eine Möglichkeit haben, einen Klein zu konfigurieren. Also sprich, ich kann durchaus einen, bei mir lokal, einen Daemon oder eine App verwenden, die DOH spricht und das dem System eigentlich zur Verfügung stellt. Also sprich auch eine Nicht-Web-Applikation, mit dem ich gar nichts will. SNP als Beispiel, die dann aber einfach den lokalen Server verwendet, der wiederum halt DOH verwendet kann, dann profitieren. Das heißt, der E-Mail-Klein muss auf den Firefox umgebogen werden? Nicht auf den Firefox in dem Fall, sondern auf die lokale Konfiguration, die DOH unterstützt. Also, du machst... Ja, aber nur in Firefox vollgegeben wird. Firefox ist die einzige Applikation, die momentan DOH nativ unterstützt. Ja, gerne. Ja. Aber es gibt jetzt eine dritte Software, die DOH nachrüsten für das eigene System und dann eigentlich als DNS Resolve lokal hört und da per DOH dann absprechen kann. Oder DOH. Das ist angesprochen, die Zentralisierung kann jetzt ein Problem werden. Und insbesondere mit DOH sehe ich da das Problem, dass die Abfragen ja nicht mehr vom System-Wide Reserver kommen, sondern wirklich von dem User, vom Browser. Und bei HTTP hat man ja die schönen Möglichkeiten, mit Browser Fingerprinting und mit Cookies auch über lange Zeit festzustellen, der nächste User. Und ich denke, das ist dann schon ein größeres Problem, wenn der Name Server mich identifizieren kann und denke an, was für Abfragen ich mache. Sehr guter Punkt. Also da habe ich genau, was ich mit HTTP machen kann, Vor- und Nachteile, auch insbesondere Cookies, das habe ich bei DOT. Wie ist das eigentlich mit DOH und dem Geldspiel, Geldsperrengesetz und sowas? Es gab ja auch mal so Diskussionen bei Firefox, das standardmäßig einzuschalten. Dann haben wir eigentlich auch direkt gleich schon die Circle-Mention-Technologie eingebaut. Also bei Firefox auf DOH geht ab Version 62 angeboten, ist ab divo-mäßig noch ausgeschaltet. Da gab es ja ein Syndrom, weil Mozilla in dem Fall eigentlich einen Vertrag mit Cloudflare abgeschlossen haben, im Sinn von, dass Cloudflare da nicht mitschreibt. Würde Mozilla sich entschliessen, Firefox divo-mäßig mit einem DOH-Service auszustatten und zu konfigurieren, dann werden eigentlich lokale Zensur- oder Blockiermechanismen automatisch ausgehebt. Ob sich Mozilla so weit aus dem Fenster lehnt und da eine Divo-Konfiguration auf einen amerikanischen kommerziellen Anbieter macht, denke ich jetzt eher weniger. Weiter vorhanden. In der guten alten Zeit, da konnte ich noch schauen, welche DNS-Abfragen von meinem lokalen Gerät aus laufen, indem ich einfach in die C-Resolve-Konfiguration lokalen Resolver-Ton und ihm seine Logs anschaue. Wenn jetzt der einzelne JavaScript-Taufen selber solche Abfragen machen, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Mozilla, könntest du mir dazu vielleicht einfach gute Tipps geben? Ja, durch DOH wird genau diese Möglichkeit gegeben und natürlich entsprechend die, ich muss so sagen, es gibt momentan meines Wissens noch keine, noch nicht ein Standart oder eine Funktionalität im JavaScript-Standart, was einfach laut ist. Man muss dann schon noch sein Request bauen, und entsprechend die Anfrage laufen, was aber nicht ein Hindernis unbedingt ist. Wenn es ein Anbieter eine Webseite machen möchte, dann kann er das momentan tun. Und das Ganze geschieht dann halt im Kontext des Browsers, welcher nicht zuständig ist, mitzuloggen im Sinne eines Logfiles. Also da verliert man effektiv an Übersicht, um es so zu formulieren. Und das Ganze ist dann halt auch, wenn ich es mitschreiben möchte, verschlüsselte Art und Best-Communikation. Da wird man ein bisschen glinder. Ja, wie ist das dann mit dem Adblock und so, wie der Browser einfach selber was machen kann? Also U-Matrix funktioniert oder so, was man da anklicken kann. Und wenn da die Zeitungen da selber was, also sieht der Browser dann nur den Host oder die IP, und wie geht das dann? Ja, auch eine Frage. Ich weiss nicht im Detail, wie Adblocker da vorgehen, prinzipiell, aber wenn ich als Add-on eigentlich im Browser drin innehange, dann habe ich unter anderem die Möglichkeit, halt eben die Request für Namensauflösungen mitzubekommen. Ich denke einfach mal, dass es in die halt möglich ist. Wenn ich das über DOH einfach in der Tat löse, dann habe ich das nicht mehr, also dann sehe ich da nicht die Dinge. Was aber nach wie vor stattfindet, ist ja eigentlich der Request etwas zu holen, oder es sieht immer noch vom Browser, immer noch ein Add-Block für die Möglichkeit zu unterbinden, dass ich halt eine Verbindung auf dieser Adresse blockieren möchte. Und dann sieht die U-Matrix ja nur DNS.zeitung.ca. Und dann sieht ja U-Matrix nur DNS.zeitung.ca. Und diese Adresse. Ja. Eine letzte Frage von der Mittagspause. Durch DOH gibt es ja die Möglichkeit, dass jeder Webserver auch eben die DNS-Funktionalität zur Verfügung stellen kann. Gibt es da auch Interesse, dass man durch DOH eben die Zentralisierung wieder dezentralisieren kann? Das ist einer der Punkte, der momentan, also mit dem Standart eben beschrieben, doch irgendwie in der Gesellschaft, der Community groß besprochen oder aus- und fertig gedacht ist. Prinzipiell bietet sich DOH an, auf jedem Webserver einfach mitzulaufen und für einen entsprechenden Pfad kann ich da eben Auflösungen machen. Und alles gesagt, wenn ich eine Verbindung zu einem Webserver habe, dann kann ich eben die Verbindung zu dem nächsten Ziel, das ich anserven möchte, allenfalls schon darüber auflösen. Ich denke, aus der aktuellen Perspektive wäre das eine Möglichkeit, die sich DOH entwickeln könnte, ist momentan aber nicht so angedacht. Also so wie jetzt DOH konfiguriert wird, auch so wie wir das jetzt anbinden, ist es wirklich als Eins-zu-Einsatz, wie es vorhin auch schon mal mit UDP 53, an einem densierten Server wäre eigentlich nur das. Wir können aber in Zukunft durchaus in eine solche Richtung gehen, dass es eben passiv oder nebenbei auf einem Webserver auch noch angeboten wird. Danke vielmals. Oskar, nochmals einen kleinen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.